Two arms under one banner As a unit we stand, an united we fall und ich wollte noch so eine kleine Skype-Konfi machen über das Ende des Jahres und so einen Scheiß habe ich mir gedacht Deswegen am Donnerstag, den 29. Dezember so ungefähr ab 16 Uhr würde ich sagen starten wir dann das Skype-Konfi ja, wie gehabt, ich schreibe in den Kommentarenbereich alle nötigen Daten dahin, unter anderem meine Skype-Adresse nochmal wann es ist und dann schreibt ihr mich so ungefähr um 16 Uhr an und dann lade ich euch alle zur Konfi ein und dann quatschen wir über alle möglichen Sachen, über die ihr gerne quatschen möchtet sei es jetzt über Itsplays, über bestimmte Sachen, die ich so bei meinem Rechner installiert habe sei es jetzt ein paar Mods, wie ich gerade unten Momentchen wie ich gerade vor 10 Stunden hier gelesen habe wie heißt das Bright-Mod mit dem Asen of Democracy-Bellons-Task Leider gibt es den ja nicht mehr, deswegen kann ich dir das noch nicht sagen denn das entstand auf einer Internetseite, die nicht mehr existiert und die wurden nur irgendwo zwischenspeichert, außer auf meinen Rechner und auf den meiner Kollegen ja, und die drei besten Spiele, die ich habe, die könnte ich dir dann auch sagen wenn du mit zur Skype-Konfi kommst, deswegen will ich so ein paar so ein paar Sachen da so geklärt haben unter anderem auch ein paar, ja, also wesentlich halt über meine LPs, was ihr darüber denkt ob ihr ein paar neue Tipps für mich habt ich lese sie ja immer wieder wenn ich mal hier so ein bisschen runterscrolle, ähm ähm was sie mir für neue LPs anbietet sei es jetzt zum Beispiel, ähm Order of War, das habe ich sogar allerdings, naja, muss man gucken ob ich das dann wirklich mache, muss ich mir mal genauer angucken habe ich nicht wirklich so bisher auch nicht wirklich angespielt war ich es auf Glory hat mir eine angeboten das habe ich zum Beispiel nicht, aber ich weiß auch noch nicht ganz genau, was für eines das ist ich weiß nur, dass es ein Strategiespiel ist muss man mal gucken auf jeden Fall, wie gesagt ach guck mal hier, ach, meine unsinnige Fakten, so eine Scheiße das muss ich mal langsam erneuern weil momentan Euro ist ja gar nicht mehr Crisis City, naja ähm, ja wie gesagt, dann tun wir einiges ändern vielleicht gehen wir auch über das neue Kanaldesign von YouTube das hatte ich eine Zeit lang allerdings gefiel mir das irgendwann nicht mehr ganz so und dann habe ich mir einfach gedacht ach komm, jetzt ist das alte wieder da ist es irgendwie so übersichtlich gewesen und ja, am neuen muss ich jetzt mal ein bisschen drauf klarkommen wie gesagt, also Donnerstag, 29. Skype-Konfi und dann, ja, mal gucken wie viel dann da sind und was wir dann alles machen ich wünsche euch schon mal viel Spaß Leute und ich bin jetzt am Rendern Tschüß